BUNIKANINCHEN 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 gefällt es überall, aber an Strand ganz besonders. Etwas Elefant geht gern zum Angeln. Käpt'n Wilhelm Walross ist ein alter Seefahrer. Edward, du bist ja so stark. Kannst du nicht einen Wohnwagen bauen? Dann können wir überall hinfahren. Gleich fangen Edward und der Käpt'n mit dem Bauen an. Oh, schau mal, eine kleine Küche. Da können wir kochen. Hilf mal, Käpt'n! Klick! Das große weiße Dach sitzt rüttel-schüttel-fest. Spitze! Bonnie ist begeistert. Am Strand könnten wir einen Tisch aufstellen und Stühle. Und ein Sonnenschirm, wenn es zu heiß wird. Musik Also, ganz egal wo wir hinfahren, ein Boot brauchen wir auf alle Fälle. Musik Schon setzt Edward zwei kleine blaue Steine vorn auf das rote Ruderboot. Musik Und eine blaue Platte darüber. Zum Schluss hängt er den gelben Ruder in die Dollen ein. Wie kriegen wir das Boot zum Wasser? fragt der Käpt'n. Ein Auto muss her, das den Wohnwagen und das Boot ziehen kann. Zuerst die vier starken grauen Räder und die gelbe Bodenplatte. Den Kühler haben wir hier, sagt Willem und setzt vorn einen gelben Stein hin. Bonnie packt den blauen Motorblock hinter den Kühler und Edward macht die große blaue Windschutzscheibe fest. Musik Dann bauen Edward und der Käpt'n die Sitze ein. Zwei rote Schalensitze. Einer hinter den anderen. Einer für den Fahrer und einer für den Freund. Das hintere blaue Fenster wird eingepasst. Musik Jetzt noch das rote Dach. Da kann man noch allerhand Kisten und Sachen draufpacken. Musik Edward überprüft seine Angel. Musik Wisst ihr was? sagt Bonnie. Jetzt trinken wir gemütlich Tee und überlegen, wo wir hinfahren wollen. Musik Strand Fluss Meer Schwierig Musik Bonnie verstaut einen Kochtopf auf dem Autodach. Käpt'n Willem pflanzt einen Baum. Musik Vater Sie können auch beim Autodach. Die Fluss ... Die Fluss Ingredienten. Die Fluss